Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zum Channeling Kongress 2023 mit dem wunderbaren Motto aktiviere deine Schöpferkraft. Und falls du mich noch nicht kennst, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Stefan Schmid und ich arbeite seit vielen Jahren mit verschiedenen geistigen Instanzen als Channel Medium zusammen, hauptsächlich mit einer Instanz, die sich Solia nennt. Und ich begleite seit vielen, vielen Jahren Menschen auf ihrem Weg zu ihrer ganz eigenen Seelensprache. Und um die geht es heute ganz explizit in meinem Beitrag. Und es geht auch um Musik. Denn du siehst, ich bin hier vor einem Konzertflügel in einem wunderbaren Konzertsaal in einem der besonderssten Hotels der Welt in Schloss Elmau in den Bayerischen Alpen. Und ich würde dir gerne erzählen von einer mystischen Erfahrung, die ich genau an diesem Flügel hatte vor vielen, vielen Jahren. Das war eigentlich sozusagen das Einfallstor in die Medialität, in die Spiritualität und ein Paradebeispiel, möchte ich mal sagen, für die Aktivierung von der göttlichen Schöpferkraft. Das Wunder entsteht ohne diesen Zwischenraum. Das ist A und dann auf einmal bist du bei B, ohne dass du weißt, wie du da hingekommen bist. Und dieser Quantensprung, man kann es wirklich als Quantensprung bezeichnen, ist diese Urkraft, diese Schöpferkraft, die wie in Lichtgeschwindigkeit auf einmal da ist und ihr Wunder durch dich manifestiert. Und so spreche ich jetzt für dich Sehnsprache und lass dich einfach mit dem Herzen zuhören. Und so spreche ich jetzt für dich. Und so spreche ich jetzt für dich. Nimalayatana tacharayatima Nicharotoyatema tishacharayate Nuchanatecharanayatima Nukatiyatashacharate 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 Nukatiyatashacharate